Herzlich Willkommen hier zurück auf den Lieblingskanal, Tomek zockt. Ja, dabei eine gute alte Traffik. Ja, wir sind zurück, Halo Wars 2. Und letztes Mal gab es den Halo und Tomek, wir gehen jetzt ins letzte Gefecht. Genau. Es war mir eine Ehre unter dir zu dienen, egal wie die Nummer ausgeht, mein Freund. Ja, natürlich gewinnen wir es, ja klar. Sonst werden wir überhaupt nicht online. Huch. Das heißt aber, Vietnam-Flashbacks, was? Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. Dem Ort, Sie müssen die Verbanden aufhalten, bis die Professorin ihre Arbeit erledigt hat. Keine Sorge, Sir, wir geben ihr Deckung. Und wir scheinen jetzt schon Gesellschaft zu haben. Okay. Dieser Kontrollraum hat einen Schild, aber der wird nicht lange halten. Halten Sie sie im Zaun. Okay. Lokale Einheiten. Die Waffen der Spirit of Fire stehen zu ihrer Verfügung, Sparkle. Lassen Sie uns mitmischen. Geschütze und Reparaturdrohnen einsatzbereit. Fordern Sie sie an, wenn nötig. Okay, okay. Der Spirit of Fire wartet auf Ihren Befehl, Jerome. Da kommt dann die Sohn rein. Ja. Ja. Waffen durchladen. Keiner übertritt diese Linie. Kümmern wir uns darum, Marines. Geschütz errichtet. Bereit, alles abzufackeln. Geschütz errichtet. Geschütz errichtet. Was hier hinten auch nur Einheiten stehen, ne? So rechts. Oh, die kommen auch von rechts. Die Boten-Truppen schießen auf uns. Können wir sie öss? Also 1-3-0 bereit zum Einsatz. Ich glaube, die kommen von überall, Alter. Wie lauten die Befehle? Naja, warum hast du Reparaturdrohnen, Alter? Wer mit dem ersten Abschluss kriegt ein Flüchtier? Keine Ahnung, Alter. Wollt ihr einfach die T-Shirt sein? Ich bin aber vielleicht immer... nicht unbedingt mitnehmen, doch. Die rennen einfach hier durch. Alles klar. Ja... Jetzt chill mal, Alter. Will die eigentlich, weißt du? Wir müssen die ja nicht regeln, Alter. So, ne? Ja, von oben jetzt, äh... Können wir sie rüsten. Das ist schön, du. Nichts über ein wenig Chaos. Der Warlord ist aber ganz schön weit weg, ne? Vor allem womit mit den Einheiten, die wir haben? Ich geh jetzt. Direkt vom Schiff. Sobald sie einsatzbereit ist. Geschütz aufgerüstet. Geschütz aufgerüstet. Team Rot, Verstärkung für sie steht bei der LZ bereit. Geschütz aufgerüstet. So, oh, wir kriegen neue Einheiten. Oh, sehr schön. Das ist aber auch gut so. Haben wir noch gar nichts irgendwo? Oder hast du es schon? Ich glaube, die sind alle... Okay. Geschütz aufgerüstet. Glaube ich. Oder? Ja. Oh, das ist schon mal. Kannst aber die Repertur drunter fahren. Wo denn? Ich sehe ja, wo du bist. Bei der Garni oder? Ich habe markiert. Ja, unten. Ich sehe schon. Meine Truppen also da mit hin, Digga. Das ist deine Aufgabe jetzt, ne? Ich habe den Geschütz aber jetzt alle aufgerüstet. Jetzt schießen die besser auf jeden Fall. Ich habe jetzt immer so eine Mischung aus Truppen und Panzer gemacht. Das klingt doch schon mal schmagerisch aus. Was ist denn da oben eigentlich? Ich habe hier von Scheiß. Da, wo ich bin, ihr wisst, hat ja... Da, wo ich bin, ihr wisst, hat ja... Oh, da müssen wir da hin, Alter. Da war jetzt echt nicht geil. Also hier bei dir steht hier vor der Garni noch... Ich probiere mal aus, hier runterzugehen. Na, soll ich mitkommen? Ja, komm, Alter. Ja, komm, Alter. Rück out! Abströmung! Ich bin unterwegs. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen, kommen! Boah... Ist ja gar nicht besser, als dass du oben bleibst, Alter. Ja, ich lasse ein paar oben. Aber ich habe gar nicht jetzt alles mitgenommen, so gesehen. Wir rennen durch. Oh. Ich wissen ja gar nicht, auch schon mal geblendet. Wo sind meine Drögenchen gerade? Ja gut, ich bleib oben, Alter, bis dann ist das... Nein, Daryl. Komm, komm, wir wollen ja auf den Bedeck, kommen! Wir haben jetzt Verstärkung für Sie, Team Road. Oh, das ist schön. Oh, Alter, oh ja. Oh, das ist der Punkt, wieder. Start. Also du hast jetzt hier oben auch nochmal Einheiten, ne? Okay. Ja, mein feindliches Gebäude zerstört. Ausrücken! Mein Held ist noch hier am Start. Aber... Das ist vielleicht kein Sinn, ob ich das hier zu oberen, Alter. Oder? Ah, ne, er hieß... Ah. Ausrücken! Boah, da kommt doch was an, ne, Digga? Kann das sein? Oh, ein bisschen was. Ein bisschen? Ja, ja. Wo hab ich denn hier einhören? So kann ich mich nicht konzentrieren. Äh, hier. Jawohl! Ab geht die Luzi! Nein, 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 nein. Digga, oh Gott. Jetzt komm ich von der Seite, ne? Ja, oh, überall, ne? Das hab ich ja gerade gesagt. Ein bisschen, sagt er. Wie sieht's aus, Professor? Kompliziert. So viele Protokolle. Ja, schöner, dazu die ist so kompliziert, da läuft es. Aber, aber, nein, nein, nein. Da heilen Sie sich, Professor. Wir verschaffen jetzt, Sir. Ich geh jetzt genau darüber gegangen, ein bisschen nach oben. Oh, das nächste Ding. No. Na, die kommen jetzt wieder hier. Ey, ey, ey. Alter, die fly'n einfach weg. Absolute Frischheit. Achtung, da sind wir hier oben in Polschfeuer. Die fly'n auf den Weg. Das war ein Ziel, das ist. Reparatur-Drohnen im Unterricht. Oh, von unten, Digga. Oh, ja. Und oben auch. Das ist echt drin, überall, Alter. Dass hier noch ein Tank steht. Ach, ich auch. Aber nicht. Ja, ja. Und dann, ja, Alter. Da kann man wahrscheinlich gerade als Unterstützung. Oh, oh, von unten ist aber ganz hart, Alter. Oh, von oben rätst du auch ganz hart, Digga. Du hast hier noch ein Dings, ne? So ein, äh, so ein Heli, der halte. Anführer-Fähigkeitsbereit. Kommt, wir sind nach oben auch noch, äh, endlich. Anführer-Fähigkeitsbereit. Anführer-Fähigkeitsbereit. Sehr gut, sehr gut. Gegner erledigt. Hat die Attacke gesagt? Mai hoch. Hey. Noch Fächter? Ja, mein feindliches Gebäude zerstört. Verstärkung erwartet Ihren Befehl, Team Rot. Die Bewegung. Boah, ist so eine Menge. Ja, aber warum? Aufgewärmtes Bereich. Da ist die Feinde. Stark. Hallo. Machen Sie kaputt, das hier. Hallo. Ist das ein, ausgescheitert? Zeigen wir denen, was das Baby sich tat. Durchladen und entsichern, Marines. Hallo, hä? Nein, wo er bläht? Schick ihnen dein Herzlitzwünsche, Öl-Springer. Bundtruppen beschießen nicht. Ich lasse es einfach mit Tempomat laufen. Das ist unfair hier, Alter. Duft das jetzt mal. Machen wir mal, ne? Verlieren noch. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Wappen, kleiner. Wie sieht es aus? Oh, läuft nur alles. Also alle Ziele sind schon hessisch. Du musst nur noch ein paar Truppen, ne? Ich sammle die mal. Guck mal, ich kann deinen, äh, deinen Heiler heilen. Bleib doch schon mit dein Heiler. Oh. Entschuldigung. Verstärkung für sie steht bei der LZ bereit. Oh, ja. Oh, 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 oh. Sexy, Alter, immer. Geschütz errichtet. Oh, die Gaziru sind sexy, ne? Die können wir ja aufstellen, direkt, ne? Oh, shit. Bleiben Sie dran, Professor. Dafür sind wir hier. Ja, immer. Wie steht es um das neue Kanonenboot? Wir brauchen es jetzt. Konto ist unterwegs. Geht doch nichts darüber, neue Ausrüstung im Gefecht zu erproben. Oh, ach so. Da sehe ich mich drin. Das ist deiner, ne? Kann das sein? Ja, genau. Bleib ihn ab, Leute. Gegner erledigt. Werden von feindlichen Fahrzeugen angegriffen kommen. Wie schießt denn hier die ganze Zeit? Oh, er kommt, ne? Er hat mal Attacke, ne? Wo man den Schutzschild? Was soll die Scheiße? Wo sind meine Hand an? Wo war da eigentlich so? Boah, Attacke, 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 Attacke. wir haben einen Scare verledigt. Professor, wie sieht's aus? Bin fast fertig. Moment. Okay, geschafft. Der Ring ist deaktiviert und das Kommunikationsvalet angebracht. Ja, gib mal Gas. War aber echt so, ne? Was soll das denn hier? Ich muss runter in den Ring und ihn dort anbringen. Ich brauche mehr Zeit. Ja, viel. Wir brauchen mehr Einheiten. Die Büro. Wir machen gerade Banshees auf krass, Alter. Was haben Sie heute für mich? Ich merke, oh, das ist auch schon gerade hier. Geschütz errichtet. Wo oben kommen wir hier? Aufmachen Leute, der Feind. Nochmal drei. Nochmal zwei. Boah, Junge, wie viel kommen denn da jetzt? Weg. 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 Auch weg. Klingt, als würde ich vermeiden, um den Schild zu durchbrechen. Ich brauche Hilfe. Ja, Alter, du brauchst auch nur Hilfe. Oder wie? Oh, hier von der Seite jetzt? Jetzt ja von allen Seiten. Jetzt gönnen sie mal richtig, oder was? Oh, da kommen wieder sechs Stück, Alter, da unten. Hier rechts auch, ne? Nein, von überall. Ja, 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 ja. Überall. Der Kontrollraum wird angegriffen. So kann ich mich nicht aufhören. Hält die Schnauze jetzt bitte. Wer wird hier angerissen? Wurden? Ja, echt, alter der Kontrollraum wird angegriffen. Ja, hier können wir, geht der überhaupt hier? Natürlich nicht. Leider nicht. Ja, leider nicht. Guck, der haut einfach ab. Schieß einfach ab. Schieß einfach ab. Achtung, Team. Der Benji. Wir haben Artillerie aufgefahren. Oh, in der Mühe. Artillerie, hm? Oh, die sind von oben. Okay, nicht nur von oben. Ja, ey, Alter. Soll ich hier Kamikapse machen, oder was? Ab und nach oben mit euch. Oh, shit. Oh, shit. Schimmelt den nicht, Digga. Tschüssi Kofsky. Da steht's aber auch hier, ne? Und, hm? Oh, 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 oh. Sir, wir können's nicht ewig aufhalten. Professor, die Zeit läuft ab. Die Kommunikationsmatrix ist fertig, aber wie Sie selbst sagten, wir können erst los, wenn alle Verwandten weg sind. Ich habe hier was, was uns aber helfen könnte. das ist richtig das ist hier oder was wo mit dir ich peile schon gar nicht mehr von meine einheiten weil sie gerade die sind halt so random hier am rumpallern die gar keine die eine seite hinten bei dir wo muss man wieder ich kriege gerade hier ein bisschen weg so ja ja die archie ist jetzt unsere heimat und sie steht unter unserem schutz ich dachte noch wütender könnte er nicht werden wo 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 ok da kommt was vorne rechts da kommt aber was an du immer sie hängen in den seien Captain aber es ist nur eine frage der Zeit bis sie mehr schicken was wie lautet der Plan ich kontrolliere die Schwerkraftanker des Halos Captain die Truppen sollen sich bereit machen ich hoffe ich will ich hoffe ich komme ich habe es ist in den klub die wir ich habe ich gehe in der Wir haben einen feindlichen Scarab zerstört. Der Feind hat eines unserer Gebäude zerstört. Oh, da oben ist da so ein Scarab, Alter. Was macht denn da oben? Was schießt denn da? Ja, auf die Garnier, anscheinend. Keine Ahnung. Ja, auf deinen Heli. Aber alles geht da hin, ne? Wir haben einen feindlichen Scarab zerstört. Die Truppen sind aus der Bahn, Professor. Was immer sie vorhaben, tun sie es jetzt. Bumm. Ah ja. 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 Westliche Flanken, Feind in Position. Lieutenant, feindliche Belagerungseinheiten nähern sich. Die Verbanden haben Belagerungseinheiten. vai, glauben wir. Egal. Wir haben nur ein Ball, aber wir werten. Es wird nicht mehr 3! Es wird nicht mehr gekriegt, was wir werden. Es wird nicht mehr wissen. Es wird nicht mehr oder nicht mehr besiedet. Sie wird nicht mehr sehen, was wir haben. Sie werden noch einmal probiert. Sie werden noch einen Birxluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hoffentlich klappt das Captain, das war's mit Verlaufsbau Ich glaube, das ist keine Option mehr Professor Anders, es muss einen Weg... Keine Sorgen, Captain Soweit ich im Soul System bin, setze ich die Funkwarte frei In ein paar Worte sollte ich... Professor... ...einen Weg zur Rückschiebung gefunden haben Captain Sind die anderen in Sicherheit? Ja, Sir Ankunft auf der Spirit of Fire in fünf Minuten Zeig mir die Karte Sie haben viel zu tun, bis sie zurück ist Bye, Captain Tut da warm-up Schnell 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 an der menge trug mutig und ehrenvoll gekämpft ein wohlverdienter sieg das war das letzte gefecht gemacht würde ich sagen und was sagen wir dann hello wars 2 ist damit erledigt oder wie oder was ist da los du kommst du bist du auch so wie wenn die dieses gehen aber gucken wir mal oder gucken ob das passiert meiner könnte man ja machen wenn die leute das auch nicht zeigen die das auch sehen wollen und damit sagen wir auf wiederschau reingehauen das ist ja von der hofer hat euch gefallen der ganze shoot hier machst du es? ja so dann so dann